GZSZ, Vorschaufolge 7766 Jessica will einen Neustart. Toni und Erik geraten in Streit. Jessica will neu anfangen, und die Suche nach einem neuen Job führt sie ausgerechnet zu Katrin. Doch dabei handelt es sich um eine ungewohnte Aufgabe für Jessica. Nachdem Lilly und Nihat Toni von Eriks illegalem Einreiseplan in die USA erzählt haben, bricht zwischen ihnen ein Streit aus. Statt vernünftig miteinander zu reden, machen Erik und Toni dicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020